Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 In der Zeit habe ich noch ein weißes Hirschfell besorgt. Da nicht leicht zu finden. Ich habe ein weißes Hirschfell. Großartig. Hier die Belohnung. Kann ich eine Waffe kaufen? Ja, natürlich. Ich habe alles, was du für einen echten Krieger brauchst. Waffen, Schilde und sogar Rüstungen sind verfügbar. Zeig mir deine Ware. Nicht schlecht, was du zur Auswahl hast. Und wenn er so weitermacht, wird das niemals. Du solltest nicht mehr arbeiten. Ich weiß. Ist das dein Ernst? Das gibt dann nur wieder Arten. Ich glaube, dass du willst. Du solltest meinen Rat annehmen. Am besten belädigst das selbst. Ich weiß nicht. Ja, aber nicht. Das gibt dann nur wieder Arten. Du solltest meinen Rat annehmen. Ich weiß nicht. Am besten du hältst dich da raus. Das war's für heute. War wieder ein tolles Abenteuer mit dem Riese und dem Weißen Hirsch. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gottich 3. Lasst ein Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch von seid von Gottich. Vielen Dank und alles wird gut.